Musik 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 Schickes Ding willst du? Aber Level 8 Das sind meistens die Hübschen Ich hab's vergessen Musik Nur kleine Oh, Entschuldigung Nichts passiert Ah, ne Sniperrunde Da bin ich dabei Kein Sniper, das ist eine Shotguard Das ist doch gar nicht so weit Aber doch Passt Das ist auch so nice, wenn die Tiger dir hinterher stratzen Voll Da musst du jetzt ein paar Stück Und dann einfach hinterher laufen lassen Ja, Army Die Low Level als 10er oder 16er oder keine Ahnung 8er Die passen scharf dir auf Den Raptor holen wir uns jetzt weg Zu spät Ja, das ist nochmal 2 Geil Sofortiger Headshot Geil Was ist denn der? Der ist schon tot Ich höre einen Drache Ja, ja Wo war der? Der müsste da oben sein Direkt über uns Kommen wir schon mit klar Die hauen ja ab Wenn sie zu viele haben Da ist er, direkt über dir Ist der nice Alter Der ist jetzt ein Berg rüber Du siehst noch Wenn du weiter nach hinten gehst Siehst du noch den seinen Kamm Wow Der war ja mal richtig nice Rot, grün Gesundheit Danke Frau Lass mich mal schauen Dieser Drachendoktor Boah 20 20? Aber der sieht ja mal sowas von Absolut Er sieht echt geil aus Wow Geile Farbauswahl Alter Der ist hübsch Na dann Snipern waren weg Leider Wie er geschaut hat Ja Er kommt Oh shit Warte ich mach Boah Jetzt laufe ich weiter Dann kriegt er wieder was im Kopf Ich fang Hauch Ich fang Ich verbrenne Okay Das war schon gekillt oder? Ich habe jetzt die Klammeldung gekriegt mein tiger hat den gekillt, der hat ein level up ich habe aber keine killmeldung gesehen der tiger hat gar kein leben verloren bei dem feuer ne das sag ich ja, das ist ganz wenig nur was du da an schaden nimmst bei dem feuer und das geht an dich und nicht an dein tier der hat mich mit dem vogel schon abgefackelt, das ging mein leben, aber ganz wenig punkte, 50 punkte oder so ja, ich bin schon wieder auf voll hier sind auch die dimitridons ausgesetzt du bist ein skapion ja, noch so ein dimitridon, 44 28 was bist du katz, 116 oh ja, der geier hat den kill gegeben, die liegt jetzt noch da ah toll arschler 116 mann öl öler vogel echte oi, dafür fresse ich nicht boah, jetzt habe ich wieder die ganze scheiße drin das schalte ich erstmal wieder aus den ganzen piss aus den vögeln ha die pfeile, die mützen, die schuhe, die sperre ach ja, dann lassen wir ein paar käfer frei äh, gute idee also bei mir kommt nichts bei dir kommt nichts bei den pfeilen nichts ja, ich hatte es eben wieder eingeschaltet wegen dem kitin achso aber ich habe jetzt wieder ausgeschaltet den scheiß äh, Moment ah, hast du eine Freundin oder Freund, wie du es nimmst? ist mir egal haha haha oh falsch ja 20 ne nix dabei leider gehts oh, da ist noch mehr das ist nochmal ein geklapp 12 äh, von der 30 ne 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 oh und bild, ok wir schauen auf attack my target ich mache neutral sobald ich gebissen oder angegriffen werde, rasten die eh aus ja ja war eigentlich noch eine Sniper runde aufziehen, oder? ja, kann man machen gucken, ob man ein Kano auch one hitten kann gut, der Drache hatte drei Kopfschüsse kassiert ja, das ist schon ganz schön gut für ja war ja ein kleines Level 20 oder so, ne? schon aber das sah echt geil aus der war wunderbar vor allen Dingen, wie der da oben auf dem Berg stand ah, der braucht auch mehr scheiße einmal nachladen, bitte weil ich eine Patron wäre ja nur daneben alle alle hol jetzt runter alle alle schießt du denn? ja, warum treff ich denn jetzt? eh äh hä? oh, geier ach, speicherpunkt ja speicherpunkt auf jeden Fall kaum in die ja den frisst sie schon tot ja der eine ist tot der andere ist schon der Elf frisst den anderen auf war klar dieser blöden Viecher deiner den nehmen wir runter äh ach shit äh 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 sehr schlecht heute äh so dann guck mal her hier Jungs hö 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 der ist betäubter Kano ich hab nur noch da vorne mit dem Vogel oder? ja, ich hab nur noch schlafen Muni ne, ich hab grad tot ah ok haha ich hab was? ey, ich treff nicht ich hab für mich nur noch schlafen Muni aber die ist gut hey blut geht weg von wahnsinn er ist halt so schnell oder was? ja, wenn er frisst stimmt die klauern jetzt so schnell guck mal an der steht da ist gar kein Blut mehr dran pom 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 irgendwie ist das Buggy hier ich treffe auch nicht wirklich ah letzter ja, er blutet ja und er blutet noch mehr und er ist tot da war irgendwas falsch nein, das ist falsch der Viecher war nicht meine ich wollte schon auf den blauen aufsteigen hehehe hehehe ja oh, Drache was? wow, Level ach komm, legen wir den mal auf Spaß hin, oder? hast du Bock? ja, kann man machen, das geht ja passt äh, ich brauche meinen, äh Teilwürgszeig kommt er? das möge ich den gar nicht mehr runter gesprungen er ist weg er wird schon wieder kommen, oder? ah, da ist er der ist den Berg runter gerutscht ist auch nicht hässlich ich höre ihn ja unter mir boxe ich gerade mit dem Agentar ich höre ihn ich höre ihn wir kriegen noch ein paar Schlüsse komm schon schneller ja ja, bleib da wow oh oh Kriegerchen put ach, du hast dir nur die Fingers geholt oh shit oh shit oh shit fucklst du? ich brenne ich seh nichts mehr gehen wir zum Tiger, laufen und ziehen wir den das ist meine eigentlich ich brenne haha, wo geil fuck komm schon ja ich dachte, es ist schnell Seiten hier fuck das den scheiß krachen komm doch, komm doch oh ich brenne schlägerei hab ich auch gerade gedacht shit ich kann auch noch ja alles krass den kann ich auch gleich auf den komm war dein Tigerchen leicht aus dem Ruder gelaufen haha, ist doch egal war auf jeden Fall geil aber so wie eben so mache ich das meistens mit dem hin und her zerren nur der scheiß Drache ist schweine schnell voll guck wie meine Rüstung ausschaut war jetzt so schlimm ich sag ja die machen kaum schaden 20 wer ist der da? hinten ist nochmal eine 4 4 4 ach ja ne Rüstung hat ungefähr ein Drittel verloren bei mir also da kann man nicht von krass reden zentriert zentriert ich zenne hm nicht wirklich ist auch schade ah bremsen hier sind Tiger oh nice ein richtig geil grüner 16 weg und du bist 44 wieder ausmüllen 104er weg hm nice brauchst du einen? hm ich hab schon ein paar zwei Stück hab ich weich oh der hat aber gelbe Zähne auch Raucher ne was soll man was zum Zahnarzt wo zehn hier putzen oh ich hab ihn getrun da hupsi da hupsi da läuft wieder ein Zeck Kätzchen hm und die da hinten 44 ok gut ach ach shit au ach oh der ist auch umgefallen wie deine Katze gerade an der Leiche geschnüffelt hat ist eigentlich recht ruhig hier geworden also ist nicht übertrieben befüllt es war am anfang aber sehr schlimm weil ich auch schon einmal hier ganz voll sich kanus und 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 noch mal sowas und schon wieder ein level ab also die level heute echt mal aus hier ist auch richtig ein mann zum bauen davor ein fettes tor hin hier ein mega schloss im baun haus bist du weiter geradeaus oder wieder zurück da nicht anfangen hier zu bauen was ist das denn hier was ist das denn hier wild female baby agentar ist level 56 hat er die ganze zeit überlebt oder hast du damit was zu tun nee 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 ja dann ist er die ganze zeit hier überlebt siehst du den ja ich habe mich schon überlegt ob ich welche machen zahl aber übel hat er echt überlebt ja aber den sieht auch keiner hallo crazy so was kriegt man nur hier geboten ja gut jetzt auch was aber ich habe bis jetzt noch keine sehen wo wir das machen nehmen sie die mühe gar nicht hier ziehen die admins auch mit einem rum guten tag als normaler aber naja auf dem giga der giga kill ja klar die werden hier auch nicht wollen ja hier nicht bist du da kommt der rex wer bist du denn da von hinten auf gut deutsch 104 du willst ja kein auf die haxen ja da ja wäre eine coole idee passt da war es tot ist er ach da ist ein käfer noch ein alter 16 habe ich gerade ok ok cool wie die hier über die spitze dackeln ja passt aber die machen aber schade weiter ja da vorne machen packen groß raus jetzt hat er ich habe den ein level ab auf leben gegeben jetzt hat er vier und halb tausend leben nicht schlecht leben kriegen die ja ganz schnell ja vier und halb tausend ist schon schlecht aber noch zu wenig für ja ich tanke die viecher hier immer links äh für alphas ja da perlanzer geht es das kannst du auch steine da ist wieder ein kalt da ist halt auf holz das fehlt jup leider 16er katze ne vielleicht brauchen wir noch ein bisschen rot schlangen fehlen hier auch das wird auch gut dazu passen optisch ja 36 ich würde mir erst das level angucken sushi am rodiga du bist ja auch ein nicer vogel 20 du bist auch ein nicer vogel da komm mal da runter wo ist denn ich bin auch auf dem plateau da geradeaus sind wir oder wo wir nach den tigern geguckt hatten da wird er genau what the fuck hinkt denn da in der gegend rum auch ein toter vogel und der polizierende die ganze 70 oben rechts ich würde keine wechsel Ich hab keinen Platz. Noch nicht. Nee, hat's nix mehr. Da hinten. Da ist noch einer. Jo. 50, was? Lämmer. Nice, nice. Lass mal den Känguru aufgehen los. Der frisst da oben schon wieder irgendwas. Der greift doch nicht die Viecher von uns an. Alter, du Stress mit mir. Ach, die kommen jetzt rum. Der sieht doch am Tragen vorbei. Ich hör ihn. Ich hör ihn. Ich kann ihn nicht mehr. Ah, ist nicht mehr weit. Er prügelt sich grad mit dem Skorpion. Also die Geräusche, was der macht, das ist interessant. Hast du den jetzt gekillt oder war ich das? Hä? Du hast den Drachen nicht gekillt? Nee. Ich hab ihn mit dem Tiger angegriffen. Ich hab ihn mit dem Tiger angegriffen. Ich hab ihn mit dem Tiger angegriffen. Ja, ich hab ihn ein paar mal eine gedröhnt, aber ich hab keine Killmeldung erhalten. Wieder mal. Aber schon wieder ein Level-up. Ich denk mal, weil die halt nicht themenbar sind vielleicht. Ja. Da war der. Der war mir zu nah, zu nah an der Plattform mit den Tieren. Was ist lange? Titanboy 16, wow. Genau. Da schlagen die Babys. Ah, ich will nicht einen Gefehl haben. Oh, die Mama dazu. Ja. Fast. Der hat grad einen Herzinfarkt gekriegt. Carmen. 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 Oh, sorry. 100. Ja, tschüss. Jojo, tschüss. Ja, wenns war so. Egal. Hier. Da machen sie bestimmt auch noch irgendwas hin. Da kann auch bestimmt eine Höhle rein. Ja, so könnte sein. 100%ig. So ein Artefaktding. Oh. Hier gibt's echt noch gar nichts. Nichts. Ja, genau. Kacke gibt's mehr nicht. Ich weiß. Ich frag doch gar schon lange nicht mehr, wo du bist. Ich folg dein Häufchen. Genau wo ich hingezoomt, hab ich ja hingeschissen. Jedes Mal. Wo ist der hin? Ach Häufchen. Zehn Meter weiter Häufchen. 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 Nee, nee, du. Wer bist du denn? Katze? Oh, die war nicht hoch. Die ist schnell gefallen. Ja. Entschuldigung, Piron. Was ist da los? Was habt ihr? 28 und hier. Ja. Nix. Kare. Kano. Kamen. Oh. Ne, 12. Ich hab 120 gewesen. Was? Ich hatte erst 120 gelesen, aber war zwölf. Weil nach zwei Hits Lared da. Hallo Vogel. Hä, wo ist der Schuh? Gucken, dass wir irgendwie runterkommen. Wir sind echt schon vorbei, glaub ich. Da hinten wird's gut. Kompion Baby machen. Warte mal. Bleib mal kurz. Geht nicht, die kann man nicht vermehren. Ach, schade. Sicher. Gibt's schon Kompion Babys? Keine Ahnung. Ja, probier. Komm, killen wir alle bis ein. Nee. 108. Schon richtig eingeben. Schade. Müll ohne Ende. Schade, schade, schade. Oh, wie schaaaade. Ehm. So. Wieder Witterung aufnehmen. Wo sind die Häufchen? Hä. Das läuft da hinten rum. Rechts. Irgendwie runterkommen. Nice Katze. 40. Ich glaub hier kann man runter, oder ne? Hier sind wir auch hochkommen. Genau. Hier war's. Hier sind wir auch hochkommen. Genau. Hier war's. Da ist auch schade. Am Ende, ne? Ja. Ja. Äh. Frag ich jetzt nicht. Hä? Hier hoch. Wir müssen weiter nach dahinten, wo du hingehst. Da rüber. Na ja. Es sieht so aus, als ob es so steil ist. Maun. Ja. Na ja. Katze. Ah. Gültag. Gutag. Gutag. Tja. Gut, tja. KESLA. Tja. Wieder in den Müllen. Aber auch gut aus mit dem braun Es sah gut aus Ja, es sah wohl gut aus Ich will Rex Baby machen Nein, ich ins Wasser Wo geht der hin? Mach den! Speichert! Speichert! Okay 40 72 Katze greift von hinten an Halschen 24 Es ist kalt Es ist kalt Es ist kalt Komm her Baby Nein, nicht sterben Shit Egal Kann man es wieder rückgängig machen? BVH3 glaube ich Scheiße Oder 1.0 Oder 1.0 Ist weg Ah nee, da hinten ist er noch Da, ich sehn Ja 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 Oder so Ganz schön aufgeräumt auf der Insel Schaun Schaun Ach Katze Mensch Katze Ja Level 8 Ja Leider Level Kleinreißig Und Und Kommt jetzt erst Sechzehn Schaun Wo waren das Muss doch gewesen sein, oder 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 Ich mach das mit dem springen Immer wieder in der taste ganz schnell hintereinander Speichert Speichert Mal die Seite bauen Okay Jaja Das sind guten Händen Hallo Speed 159 3 Der hat mich schon mal so zwei Nerv Verrichten Hallo Katze 28 Na jetzt mach ich den P-Rex EV Spiele 32 ist das ja hier Pinselzahl Mode Ja dann holen wir erstmal die anderen Viecher weg Oh das war's mit deinem Rex Ja P-Rex Bis Level Up Für mich dauerts noch ein bisschen Guck mal der ist ein Känguru Oi Jo Jo Mit deinem Ruh Pass mal auf Ok Ok Geht nicht Geht nicht? Ja ich Irgendwie hat's nicht gehabt Ist so viel los Noch eins Noch eins Da kann er jetzt nicht sein Ich hab das eine doch noch nicht vergeben Ok Dann war ich das Ich und der Tiger Vier Das war der erste Rauskommendes Was macht denn der hier unten? Der ist doch runter gehüpft Was denn? Ich hab grad weg Die Spur hinterlassen Ja ja Ist schon klar Ja ist doch super Hat geklappt Kann man die Betten ja mitnehmen Oh mein Gott Der kommt jetzt nicht rauf oder? Kann sein dann drehe ich eben Ok passt schon Alter War klar Dreck mal ein Ei gesetzt Richtung Du bist Navigator Boah Guck mal was Was ist jetzt Die Ehebel Das ist ja wie verhext Wie auf dem Floß Kommt der Nehebel Einfach so Rechts rum Mal ein Stück Und dann da aufs Land Und dann laufen wir so zurück Wahnsinn Seh nix Der weiter links Ja genau So ist gut glaub ich Hoff ich mal Hoff ich mal Ja ja Ah warte mal Jetzt müsste ich dich auch anklemmen Ja jetzt könnte ich es anklemmen Weil die Feuer weg sind Ah Ok Bist du unten? Ja Ja warte ich anklemm es Dann kannst du es claimen und direkt aufsteigen Ja Ist anklemm Hast du geclaimt? Ne Ohne bei Olli Mach nochmal Ja ich versuch's gerade Anklemm Ich hab jetzt aber auch nicht das Anklemm Das lässt sich auch nicht anklemmen Das lässt sich auch nicht anklemmen Danke Danke Warte was ich jetzt so Blub Was ist Komm sofort Ja gleich da dann Der Tiger hat aber massig Level gemacht 30 35 Stück Ja Dann Los Ed 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 Der kam ein kratzer Achein Achein Wenn sie hier Coordinator fahren an klein geht nicht nicht mal schnell was probieren ja ja du gib mir genau